Dies ist der großartigste Fall meiner Karriere, wobei mir eine solche Wertung natürlich nicht zusteht. Das gebietet die Bescheidenheit. Mein schwierigster war es auf jeden Fall und er stellte alle Werte in Frage, die mir seit meiner Jugend lieb und teuer sind. Es geht um einen Mord im Orient Express.